Logistikleiter Stefan hat die Aufgabe, an einem neuen Unternehmensstandort ein Lager aufzubauen. Doch das schafft er nicht allein. Stefan braucht einen kompetenten, erfahrenen Partner, der individuelle Lösungen für die komplexen Anforderungen liefert. Und zwar alles aus einer Hand. BITO ist dieser Partner. Seit über 50 Jahren führend in der Intralogistik. Dank der hohen Projektkompetenz sind die Experten von BITO in der Lage, ein speziell für jeden Kunden entwickeltes Rundum-Sorglos-Paket als Komplettlösung anzubieten. Das große Produktportfolio ermöglicht eine ehrliche Beratung, um die beste Kundenlösung zu finden. Von der Beratung und Planung vor Ort, über die Projektierung, Abwicklung und Inbetriebnahme bis hin zu After Sales werden Stefans Anforderungen abgedeckt. Und alles ist made in Germany. Ein professioneller Ansprechpartner für alle Anliegen, der eine langfristige Betreuung garantiert und für nachhaltige Kundenzufriedenheit sorgt. BITO, der kompetente und erfahrene Komplettanbieter der Lager- und Kommissioniertechnik. Warten Sie nicht länger. Sprechen Sie uns an.